Ich habe eine Cappy bekommen und bin in Mittenberg, aber darum geht es nicht. Okay, die Cappy werdet ihr noch ein paar Videos sehen. Aber worum geht es? Es geht um meine Videos. Zunächst wird es einen zweiten Avatar-Tag geben für eine Cora-Serie. Ich werde sie meine Parodie Beauty Pro weiter damit entwickeln, wahrscheinlich zu einer Serie. Und ja, vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Hashtag. Das war es im Grunde auch für das Video. An der Stelle kommen zwei obligatorische Worte. Wenn ihr noch keine Abonnenten habt, dann wäre es geil, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ein Daumen nach oben ist immer irgendwie cool. Hier. Ich muss mich kurz anweseln. Weiterhin. Ich bin auf Instagram und auf mittlerweile auch Twitter zu finden. Auf beiden Plattformen bin ich als Leerland live. Zu finden dort. Also ey, jo, schütte mal vorbei. Und hier ist ihr jetzt gleich Ciao. Haut rein, ey. Und jetzt mag ich, was eigentlich nur das Leute macht. Komm, jubel dir einfach. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins.